so ich habe jetzt gleich mal kurz eine pause gemacht weil ich habe noch ein bisschen was gebaut und ja das werde ich euch nun gleich zeigen ohne momento so jetzt zeige ich euch mal kurz ich habe nämlich das haus noch ein bisschen verändern ah da habe ich glas vergessen ja ich habe dem ganzen haus eine leichte herrnhausoptik gegeben hier oben mit dem ersten balkon hier unten mit einer großen eingangshalle wo man auch so ins wasser springen kann da kann man noch schnell da kann man noch mit dem schiff dran vorbei schütteln ja eigentlich wollte ich jetzt gerade abmoderation machen aber irgendwie so aber jetzt also herrnhausoptik hier halt mit der unteren mit kleinen steg wo man dann wo die wachen anlegen können mit ihren schiffen hier oben kleiner balkon für die erste ebene hier oben habe ich jetzt auch schon zwei zimmer hingezimmert gekriegt mit klick nach hier hier noch ein flur halt hier oben noch ein zimmer das co3 große zimmer entstehen können hier eins da eins dann und hier eine große aula und dann hier unten drei etagen wo wachen zimmer hinkommen also ein großes deftiges haus so also wir haben heute einiges geschafft wir haben dächer überall drauf gezimmert wir haben fenster eingesetzt wir haben türen gebaut wir haben ein großes schiff gebaut wir haben zu den schiffen anlegesteg gebaut wir haben ich habe das ganze vorgestellt noch ich habe das herrnhaus für die wachen vergrößert jetzt fehlen noch die ebenen drin obwohl ich war gleich die abmoderation ich füge noch schnell die ebenen ein schnell noch eben ein zimmern das ist ja nun wirklich nicht eins zwei drei vier also einfach kurz hier noch schnell einzimmern eins zwei drei vier ja treppen müssen wir dann auch noch ein stimmungs ich weiß ein zwei drei vier 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 1 2 3 4 und ein zwei drei 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 Dann weiß ich wenigstens auch schon, welches Zimmer oben reinkommt. Oben kommt dann das Zimmer des Kommandanten rein. 1,2,3,4, gut. 1,2,3,4. Ich habe diesmal hier ziemlich viel Holzoptik mit reingezimmert. Ah fuck, falsches Holz. Da ist Holz, Holz, was halt. Jetzt wird ein kleines bisschen ländlich. Da ist es. Oh, your hands up, why are you just going to us? Come on, who they're talking to you? Bloody people, I need to fucking let her! Go, 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 go! So, dann haben wir hier oben auch endlich. Vorraum, Schlafraum, Kommandantensuite. All right, here we go. All right. All right. All right. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020